Wir zeichnen jetzt dieses Auge, das hat mir eine bestimmte Person geschickt. Jemand fangen wir an mit der Skizze, wir fangen an mit der Skizze und bei diesem Bad ist es halt so, dass man Träntuse nicht sieht, deswegen schicken wir bitte Fotos, wo hier nichts abgeschnitten ist. Ich wollte kurz einer ganz bestimmten Person nachmachen und ratet mal von wem dieses Auge ist, ihr kennt die Person 100%. Wir fangen an mit der Pupille und dann halt mit der grünen Iris, ich hoffe ich treffe auch ihre Augenfarbe. Jetzt fangen wir an mit der Skräler und ihre Skräler hat einen leicht kottes grünen Unterton, wie so auch immer. Weil ich die Träntuse nicht sehe, mache ich die einfach in eine beliebige Farbe, nämlich in grün. Jetzt grundiere ich mit einer Hautfarbe, die Person hat auch noch Make-up drauf. Falls ihr auch auf das Blatt wollt, schickt mir ein Auge von eurem Foto mir auf Instagram zu. Jetzt machen wir auch schon die Wimpern, jetzt machen wir noch die Highlights. So, und falls ihr es erraten habt, das ist das Auge von Chiara. Und das fertige Ergebnis, wie findet ihr es? Das ist das Auge von Chiara.